Du bist in der Rente und du hast keine Aufgaben. Männlich, ein Leben lang gearbeitet, keine Aufgabe mehr und sitzt zu Hause rum und grübelst. Fühlst dich nicht wohl, nimmst auch ständig zu, weiter zu, deine Leistungsfähigkeit sinkt und jetzt kommt das ganz Spannende, du gehst deiner Frau auf die Nerven. Warum? Weil du in Rente bist und weil man es als Ehepaar nicht gewohnt ist, dass man von morgens bis abends zusammensitzt. Ja, das ist Fakten, das kann vorkommen, kommt auch relativ oft vor. Und da habe ich eine spannende Lösung für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trinbacher, deinem Performance-Coach. Ja, ihr lieben Rentner, da habe ich einen rausgehauen. Und ja, das betrifft sicherlich nicht jeden, aber es gibt ein paar, ich würde mal sagen, der größte prozentuale Anteil von Rentnern, von männlichen Rentnern, die tatsächlich in der Rente ankommen und somit auf verlorenen Posten sind. Sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Sie haben keine Erfolgserlebnisse mehr. Es kommt keine große Anerkennung mehr. Der Job ist weg. Wir stehen morgens um sieben auf und haben den ganzen Tag vor uns. Von sieben bis abends um 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. Früher hat man eine Aufgabe gehabt. Eine Aufgabe. Sechs Uhr raus, sieben Uhr ins Geschäft, Beruf, Erfolgserlebnisse, Sachen erlebt, den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Man kommt abends nach Hause, 17, 17, 30, 18 Uhr und ist müde. War noch ein bisschen Hobby. Jo, man zieht seine Frau zwei, drei Stunden, vier Stunden am Tag. Und auf einmal ist es so, dass wir den ganzen Tag zu Hause sind. Wir haben keine großen Hobbys. Wir finden keine Beschäftigung. Zumindest nicht das, was uns befriedigt. Und jetzt gibt es eine spannende Info von meiner Seite aus. Einen super guten Tipp, den ich selbst feiere, den ich richtig gut finde. Und zwar, wenn wir heute ins Fitnessstudio gehen, in alle Fitnessstudio werden wir feststellen, dass das Durchschnittsalter ungefähr bei 23 oder 24 Jahre ist. Umso weiter es über 50 Jahre rausgeht, umso weniger Menschen findet man tatsächlich noch im Fitnessstudio. Und jetzt ist die große Frage, also nicht nur im Fitnessstudio, auch in Sportvereinen, auch zu Hause im Fitnessbereich, im Outdoor-Bereich. Umso weiter es nach 50, 60, 65 Jahren, umso weniger Menschen beschäftigen sich tatsächlich damit. Obwohl ein großer Anteil dieser Menschen natürlich auch etwas mehr Zeit haben, bedingt durch die Rente. Sollte es da nicht so sein, dass im Fitnessstudio die Plus-50-Jährigen in der Mehrzahl sein sollten. Denn die haben ja einen doppelten Bedarf. Wenn wir jung sind, haben wir die Muskelmasse noch relativ gut erhalten. Wir haben eine gute Wachstumshimmun-Sekretion. Das passt alles noch. Aber im 50. Lebensjahr geht die Wachstumshimmunproduktion zurück. Der Körper produziert weniger Wachstumshimmun. Die Schilddrüse läuft etwas weniger, etwas langsamer. Der Stoffwechsel wird etwas langsamer. Weniger Testosteron wird gebildet. So, und wenn wir Sport machen, können wir das umdrehen. Durch gezielten intensiven Sport kann man es umdrehen. Was passiert noch im Alter? Der Testosteron-Spiegel geht runter. Das männliche Hormon wird weniger. Die Wachstumshimmunproduktion wird weniger. Die weißen Muskelfasern werden abgebaut, weil die nicht mehr die Signale bekommen vom Gehirn, die sie normalerweise gewöhnt sind, dass diese erhalten bleiben. Also werden die ab dem ca. 50. Lebensjahr abgebaut. Aus verschiedenen Gründen. Hätten wir dann nicht tatsächlich einen viel größeren Bedarf, ab 50 aufwärts sogar als Rentner zu sagen, ja, jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal was tun. Ja, das ist eine eindeutliche Handlungsempfehlung von meiner Seite. Die große Bitte an euch alle, Rentner, männlich, natürlich auch die Frauen zum großen Anteil, logisch. Aber gerade bei Männern ist es ganz oft so, dass die in der Rente, wenn sie nichts zu tun haben und keine Erfolgserlebnisse mehr haben, die nehmen relativ schnell zu. Die Mobilität lässt nach. Und es gibt ganz oft Fälle, wo sich die Ehepaare im Alter nicht mehr gut vertragen, weil sie es nicht gewohnt sind, so eng aufeinander zu sitzen, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und jetzt ist die spannende Frage, könnte da Sport, Kraftsport, Austauschsport, Mobilitätsübungen, könnten die Abhilfe schaffen? Und da gibt es für mich ein eindeutiges Ja. Absolut, 100%. Da bin ich zu 101% überzeugt, dass das funktioniert. Und jetzt, ihr lieben Männer da draußen, die in Rente sind, Ja, ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst keine Angst haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Natürlich, das Durchschnittsalter ist niedrig. Die Musik ist wahrscheinlich nicht eure Musik. Nein, die ist nicht eure Musik. Auch die Einrichtung ist oftmals nicht eure Musik. Auch die Betreuung ist nicht eure Musik. Sollt ihr euch aber nicht zurückhalten, zu sagen, ich gehe es an. Ich fange an, Sport zu machen. Das könnt ihr im Verein machen, das könnt ihr im Fitnessstudio machen. Ihr könnt mal gucken, ob in eurem Umkreis ein Fitnessstudio ist, was sich auch ein Stück weit auf ältere Personengruppen spezialisiert haben, was die Musik anbetrifft, was die Betreuung anbetrifft, was das Design anbetrifft. Gibt es zwischenzeitlich? Ich habe jetzt eh noch einen ganz wertvollen Tipp. Ist da draußen irgendwo ein Investor? Dann habe ich jetzt einen wertvollen Tipp. Die Jahrgänge, die jetzt kommen, sind ultra starke Jahrgänge, die demnächst ins Rentenhalte übergehen. In den nächsten 10, 15 Jahren, ultra starke Jahrgänge, 63, 64, 65, 66, 67, 68, das sind Jahrgänge, da waren viele Menschen da und die gehen jetzt ins Rentenhalte über. Und für die gibt es tatsächlich kein Fitnessstudio, was vom Design, was von der Musik, was vom Ablauf, von der Betreuung ausgelegt ist für diese Menschen. Oder es gibt halt ganz wenige, super wenige. Aber diese Menschen haben einen riesigen Bedarf. Und noch was für die Investoren. Diese Menschen haben meistens auch das nötige Kleingeld. Eben nicht für 14,90 Euro, 19,90 Euro und 21,90 Euro ins Studium. Sondern die haben einfach mehr Budget. Wäre doch einfach ein geiles Modell, wenn es für diese Menschen ein spezielles Fitnessstudio geben würde, wo genau den Ansprüchen gerecht wird. Wo eine entsprechende Betreuung mit dabei ist. Mehrmalige Betreuung. Also nicht eine einmalige Einweisung an irgendwelchen Maschinen, sondern wo mindestens fünf bis zehnmal eine Einweisung stattfindet, von einer halben Stunde bis einer Stunde, wo regelmäßig nachgeschult wird. Sodass man diese starke Personengruppe, die einen ganz hohen Bedarf hat, Kraftsport zu machen, Mobilitätsübungen zu machen, Ausdauersport zu machen, dass man die bindet. Wäre super, oder? Also wenn da draußen jetzt ein Investor ist und sagt, Andreas, du hast recht, das ist ja ein Riesenmarkt. Einfach mal bitte an mich wenden, ich habe da richtig geile Ideen. Gut, das wäre das eine. Und für die anderen, für die User, ihr lieben Männer, ab 60, 65, ab der Rente, vielleicht ab 67, ab der Rente. Ja, ihr müsst keine Angst haben vor dem Fitnessstudio, ihr braucht keine Angst vor dem Handeln. Ihr sollt nur Respekt davor haben. Was wichtig ist, wenn ihr euch damit beschäftigt, mit Kraftsport, mit Austausch, Mobilitätsübungen, braucht ihr einen versierten Trainer, der euch das zeigt, wie es funktioniert. Ihr braucht jemanden, der sich um euch kümmert, der mit euch mehrmals die Übungen durchgeht, der euch die richtigen Faktoren darlegt, wie zum Beispiel ohne Umkehrschwung zu arbeiten, mit einer Muscle-Brain-Connection zu arbeiten, darauf achten, dass die Bewegungsgeschwindigkeit funktioniert, die Bewegung vorher anguckt und entsprechend Stretching mit euch macht, so, dass die Bewegungen nachher überhaupt fehlerfrei funktionieren. Der dafür sorgt, dass ihr einen spezifischen Drehungsplan bekommt, einen spezifischen Mobilitätsplan, einen spezifischen Stretchingplan, der ein rundum-sorglos-Paket für euch schnürt, sodass ihr an dem, was ihr tut, viel Spaß habt, Nummer eins, denn der Spaß ist ein Erfolgsfaktor, ein Motivationsfaktor. Zusätzlich, dass ihr durch das, was ihr tut, Erfolg habt, dass die Mobilität sich verbessert, dass das Körpergewicht sinkt, da gehört auch die Ernährungsberatung mit rein. So, und wenn ihr damit Erfolg habt, dass ihr seht, wow, ich fühle mich wieder besser, ich habe mehr Leistung, ich bewege mich wieder viel besser und ich verstehe mich bei meiner Frau viel besser, was ist jetzt passiert? Da stecken hormonelle Gründe dahinter, weil natürlich durchs Training auch die Hormonsekretion verändert wird. Menschen, die keine Erfolgserlebnisse mehr haben, Menschen, die ständig nur mal brach liegen, muskulär, auf dem Sofa sitzen. Da ist die Hormonsekretion Richtung Serotonin, Richtung Dopamin, niemand so prächtig und auch das Testosteron geht runter. Und das alles kann man durch ein gezieltes Training auffangen. Wenn da noch die Ernährung dazu passt und auch der Schlaf dazu passt, kann man mit 65, 70 Jahren noch Sachen erreichen, die würde man nicht glauben, wenn man es nicht selbst erlebt hätte. Diese Erfahrung habe ich schon ganz oft gemacht. Und ich habe einige, die in der Rente sind hier und die sagen immer, Andreas, es gibt für mich nichts Schöneres wie meine drei Trainingseinheiten pro Woche. Das sorgt dafür, dass ich rauskomme. Das sorgt dafür, dass ich was anderes sehe. Ich beschäftige mich mit Sport. Ich bin danach besser drauf. Mein Körpergewicht hat sich gesenkt. Ich bin auch mal von zu Hause weg. Ich habe dadurch natürlich auch, wenn ich mich nach Hause komme, freue ich mich wieder. Aber davor, vor dem, was ich jetzt mit dir gemacht habe, war ich ständig zu Hause gesessen. Ständig hatte ich nichts zu tun. Ständig war ich unterfordert. Das hat dazu geführt, dass ich ziemlich gefrustet war. Das hat dazu geführt, dass ich zum Teil, ja, zum Teil den Frust an meiner Frau ausgelassen habe. Auch an meinen, ja, an meinen Kindern zum Teil, an meinem Umfeld. Weil ich unzufrieden war, unglücklich war. Und seit ich wieder Sport mache, seit ich da wieder zu 100% dran bin und regelmäßig Sport geht. Drei mal eine Woche bin ich jetzt im Sport. Dazu mache ich noch zweimal einen schönen, langen Spaziergang draußen in der frischen Luft mit einem schönen Tempo. Seit diesem Tag habe ich Gewicht reduziert. Ich fühle mich wohler. Mir geht es besser. Ich schlafe besser. Ich bin besser drauf und ich vertrage mit meiner Frau für besser. Wir kommunizieren viel schöner, wie es davor war. Und das ist sensationell. Und genau aus diesem Grund, ihr Lieben da draußen, Rentner, mein Wunsch an euch. Beschäftigt euch mit diesem Thema. Sucht euch was raus, was euch sportlich betätigt. Sucht euch was raus, was euch befriedigt. Sucht euch was raus, was euch Anerkennung gibt, damit ihr eben auch mal von zu Hause rauskommt. Damit ihr eure Leistungsfähigkeit erhaltet, damit ihr eure Mobilität erhaltet. Und damit ihr eure Hormonsekretion aufrecht erhaltet. Denn ja, liebe Männer, wir sind dafür zuständig, dass unser Testosteron erhalten bleibt. In der passiven, nicht Aktivphase auf dem Sofa sitzen, wird dann immer viel produziert. Sondern nur dann, wenn wir auch Leistung bringen in Form von Bewegung. Und wenn du sagst, Andreas, ja, aber weißt du, ich bin jetzt schon 65. Und dann kannst du immer noch, wenn du möchtest, zum Sportarzt gehen. Und kannst dich erstmal checken lassen, was macht dein Herz, was machen deine Gelenke. Kannst du jederzeit Belastungs-EKG machen lassen. Zum Orthopäden gehen, mal durchchecken lassen, wie sind es, auf was sollte man achten. Und mit diesen Informationen gehst du dann zu deinem Trainer deiner Wahl. Wenn der Trainer dann noch eine Reha-Trainer-Ausbildung hat. Und eine Personal-Trainer-Ausbildung. Eine Ausbildung als Wirbelsäulen-Trainer. Als Stoffwechsel-Trainer. Als Personal-Trainer, so wie ich es habe. Dann finden wir für dich die richtige Lösung. Und für dich den richtigen Trainingsplan. Ob der dann bei dir zu Hause ausgeführt wird. Oder ob der im Fitnessstudio ausgeführt wird. Oder du regelmäßig zu mir kommst, ist eine andere Sache. Aber du brauchst diese Basis-Informationen. Dann kannst du einsteigen und dann hast du Spaß an dem, was du tust. Und deine Frau freut sich, weil du besser drauf bist. Und deine Frau freut sich, weil du ausgeglichen bist. Und deine Frau freut sich, weil du strahlst. Und deine Frau freut sich, weil der Rest auch noch funktioniert. Use it or lose it. Sorge dafür, dass das System erhalten wird. Achte darauf, dass deine weißen Muskelfasern nicht verloren gehen. Und achte darauf, dass deine Mobilität erhalten bleibt. Warum? Wir Menschen werden nicht anhand den Falten als alt bewertet, sondern anhand unserer Bewegungen. Wenn unsere Bewegungen unscharf werden, wenn unsere Bewegungen von der Koordination her unsicher aussehen, wenn wir uns langsam bewegen, dann werden wir als alt bewertet. Und dann rutschen wir in die Kategorie, okay, der ist auf dem Abstellgleis. Und dafür können wir sorgen, indem wir genau das machen, was ich euch gesagt habe. So, und wenn du jetzt sagst, Andreas, ich bin kein Trainer und bevor ich mich da jetzt auf irgendwas einlasse, brauche ich jemanden, der mich betreut, der mich in der Hand nimmt und mal so das erste Vierteljahr bis halbes Jahr begleitet. Kannst du das machen? Kann ich bei dir in dein Coaching kommen? Ja, das kannst du. Und zwar jetzt hast du folgende Möglichkeit, folgende Chance. Du gehst runter in die Shownotes und da gehst du auf meine Seite www.andreas-trienbacher.de und da gibst du deinen Wunschtermin ein. Und dann haben wir in Kürze das Vergnügen, dein erstes kostenfreies, unverbindliches Beratungsgespräch zu führen. Ein sogenanntes Strategiegespräch. Wo geht es hin? Was sollst du tun? Auf was sollst du achten? Und danach dann sagst du, Andreas, das ist so schlüssig. Mega, genau das möchte ich haben. Lass uns zusammenarbeiten. So, jetzt bist du dran. Einmal eintragen, Wunschtermin vereinbaren und wir sehen uns in Kürze. Bis dahin, mach's gut, alles gut. Bleib gesund, pass auf dich auf und kümmere dich um dich selbst. Dankeschön und die besten Grüße von Andreas Trienbacher, deinem Performance Coach.